hallo hier ist der martin von money monkey ist dass die dachsanalyse für nun dienstag den 17.8 2021 befinden uns weiterhin in der verfallswoche des august und unser dax hat hier ein bisschen drama queen gespielt oder drama king zum montag hat sich definitiv schwächer in den handel reingeworfen wir hatten eine der varianten ein paar möglichkeiten besprochen einfach dadurch dass der freitag so eher unkoordiniert reinkam und man das gar nicht so gewohnt war dass der freitag hinten raus die die mögliche erholung dann so flach weg wirkt hat man glaube ich dreißen nach hinten durchgesprochen und eins davon war dass er zum start eben direkt hier runter auf dieses kleine hoch hier die 885 895 einfach noch mal zurücksetzt wenn wir jetzt hier zumindest mal die linie dran halten sehen wir auf der rechten also rechts davon dass er im grunde die 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 kerzen körper immer wieder versucht hat drüber zu halten hat das aber sehr unsauber unten gemacht wirkte öfters mal so wie er es wollte einfach durch tauchen ich glaube auch nicht dass das mit absicht gemacht hat um das schwarz rein zu locken also wirkte schon doch deutlich so als ob da doch einige verkäufer auch richtig mit dabei sind also gar nicht so gezielt um irgendwie eine falle zu stellen weil ich meine das überraschungsmomentum war ganz klar unten ich glaube da musste man auch nicht zwingend eine falle stellen das wirkte wirklich ein bisschen wie als schon ein bisschen unsicherheit mit da das abwärts gelb bti recht schwach asiatischer handel recht schwach also das war nicht unbedingt eine super ausgangslage die er zum so gehabt hat wir hatten gesagt von 895 wenn er dort eine grüne stundenkerze hinten ballert hätte auf jeden fall gute erholungschancen nach oben die ist die kam auch gleich früh in den neuen uhr so hat man so gesagt 830 845 9 uhr das kam auch genau so hat dann aber nach oben raus nicht viel geschafft also so eine 85 965 von unten geworden das ist okay noch mal so richtig bisschen unterhalb der erwartung also da wäre nach oben definitiv mehr drin gewesen auch nach dem start direkt nach dem schwachen start das war durchaus eine option die er gehabt hat aus dem technischen bild heraus dann schnell raus zu steigen und hier hoch zu gehen er muss dann hat wirklich bis zur letzten minute gewartet also wirklich sich sehr sehr viel zeit gelassen hinten raus wieder hoch zu kommen sieht jetzt hier erst mal wie eine abgeschlossene korrekturformation aus sieht aus wie als sie hier auch fertig geworden hat hier halt eine bodenbildung gemacht dreifach boden war so ein kleines fallendes dreieck dann also das hätte auch durchaus nach unten bersten können hat es aber nicht nach oben aufgegangen fallende dreiecke sind bärische trendfortsetzungsmuster das hat er nicht angespielt und hat es nach oben aufgelöst bolig aufgelöst so demzufolge hat er jetzt hier zum dienstag definitiv die chance oben raus wieder raus zu steigen ja oben raus raus zu steigen 16 20 sich noch mal zu schnappen drüber zu steigen und los zu tigern richtung 16.080 die 16.000 was man gestern sagt 16.065 16.118 16.230 das wäre jetzt denkbar ähm achtet mir aber ein bisschen auf den gap close sollte der weil der war einfach war mir munter ein bisschen zu wackelig auf dem bein muss ich ganz ehrlich so sagen halt na also das hat mir nicht unbedingt gefallen wie der sich verhalten hat auch die anderen in die cst haben auch schon ganz schön rote kerzen reingekriegt und so viele rote kerzen haben wir etwas länger nicht gesehen im dax also wenn man wenn man so den anstieg zurückdenken seit dritten august oder seit anfang august kann man fast sagen wirklich das erste mal wieder richtig wackelig jetzt zum anstieg und auch mit abwärts gibt noch ein bisschen druck reingekriegt überraschungsmomentum sollte der jetzt zum dienstag nur kurz hier rein starten ich sag mal an die 15 5 9 85 15 9 90 und er dreht sich schon dort wieder deutlich runter dann hätte er auf jeden fall auf 15 39 einen support um wieder hoch zu drehen ja 15 39 support um wieder hoch zu drehen und über 16 20 zu gehen über 16 20 dann klarer vorteil auf der oberseite klarer vorteil richtung 16 60 klarer vorteil richtung 16 1 18 klarer vorteil richtung 16 230 16 250 aber wenn er da wegdreht und nach dem gap close hier oben durch die 39 von oben durchfällt ich glaube dann kriegen wir ein neues tief und dann baut er sich jetzt hier nachdem er ein tiefes tief hat baut er sich ein tieferes hoch und zieht noch ein tieferes tief nach das kann ich mir das würde gut reinpassen weil er war recht wackelig und wenn am montag wackelt und schwach sich zeigt kommt oft am dienstag noch mal so eine so eine nachwehr einfach das sieht man sehr häufig im dax und von daher würde ich hier ein bisschen bisschen aufpassen wenn er sich in dem bereich hier oder oder vielleicht sogar gleich von von start an ohne das gäbe zu schließen sich unter die 39 zurückzieht also unterhalb von 39 würde ich zum dienstag schon fast noch mal ein tieferes tief unter montag einplanen es kann sein dass das erstmal nur eine 15 8 30 15 800 wird und er von dort erstmal wieder nach oben treibt aber ich glaube bis dahin ist dann auch erst mal schon mal ein paar punkte und da unten die zone wenn die dann nicht hält kommt auch aus dem tag aus tagessicht ein bisschen drucken daher da würde ich jetzt erst mal gleich noch mal reingucken in tagessicht solltet ihr aber natürlich über das gibt rüber gehen und er bleibt da oben stabil bleibt hier ruhig in der lage geht an die 16 20 ran geht darüber das ist positiv das ist bullig das zweite für long dann gut das heißt das erhöht den 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 chancen vorteil für long position auf jeden fall da oben naja also auch wenn er über den gap close schon hinausgeht während flache rücksetzer es wären auf jeden fall gute ideen dann für long aber wenn jetzt auf diese unsicherheit die wir am montag gesehen haben und ich glaube nicht dass das was mit taliban zu tun hat oder irgendwas kleines man hat das im asiatischen handel gesehen na und die japanen verkaufen nicht ihre aktien wenn dann statt in afghanistan eingenommen ist also bei bei aller dramatik und so unschön wie das ist und so wenig wie man das auch den afghanen wünscht dass da vielleicht die taliban in eine stadt einnehmen aber der taliban ist nun auch nicht das weltwirtschaftszentrum was weltweite auswirkungen auf irgendwas hat also da ich bin bei sowas und so vorsichtig na ja geopolitisch geopolitik ziehe ich nicht gerne mit rein aber dort würde ich jetzt nicht den grund für den abverkauf sehen na und das kann auch sein wenn jetzt was weiß ich es heißt jetzt was weiß ich usa strecken geschicken trotzdem wieder ihre einheiten oder keine ahnung ich glaube nicht dass das dann das also ich glaube dass der markt dann trotzdem weiter fallen wird es selbst wenn sich die lage in afghanistan stabilisiert ich denke nicht dass das der treiber war warum der dax runter gedrückt wurde warum abgekippt wurde so und von daher wäre ich hier einfach jetzt vorsichtig unabhängig der nachrichtenlage wenn der jetzt zum dienstag auch weiter wackelt und wir hatten da gestern glaube ich auch mal auf den tageschart geguckt und schon gesagt nein wenn der wenn der jetzt hier eine rote tageskerze hinwirft hat er ja nicht getan aber eine hinwirft wird zum dienstag mittwoch dann auch noch was hinterher kommen und das ist keine rote geworden das ist gut gerettet aber das hat auch nicht viel gefehlt muss man so sagen halt na also der war schon ganz schön weit unten gewesen und wie gesagt in den letzten stunden noch hochgezogen bei geringem volumen ich würde das nicht wundern wenn zum dienstag noch was nachkommt aber ich mache das ich mache das wirklich an der 930 fest ich mache das hier oben am gap los fest und alles was drüber ist das ist halt oben raus lang vorteil da kann man das kann man gar nicht anders sagen das ist vorteil auf der oberseite ja und dann heißt es dann weiter kopf einziehen oder lang mitgehen aber da muss man nicht zwingend dann sich groß short verkämpfen ja auch nicht wegen afghanistan und taliban ja also definitiv da nicht wenn der oben raus geht dann geht auch mal raus ja und dann sind neue allzeithochstenkaufsignale in dem moment und wir haben momentan aufwärtstrend vorliegen der durchaus auch auf den letzten hochsinn kauft wurde kennen wir so seit april nicht aber das ist jetzt hier die letzten tage so gewesen und da würde ich dann auch erstmal davon ausgehen dass auch die neuen hochs durchaus noch mal potenzial hätten gekauft zu werden kann mir gut vorstellen aber ansonsten von 985 990 runter unter die 930 unter 930 ist für mich so zum dienstag glaube dann kommt auch die 830 haben den unter 930 sehen 830 bis sag mal 87 das wäre so zielzone auf der unterseite wenn er sich erneut schwach präsentiert ja gut und damit kann man das eigentlich zu machen mehr gibt es nicht zu sagen zum dienstag turn around tuesday sich jetzt hier nicht wirklich an weil was soll der turn around der montag ging nach oben hat aber grün geschlossen ja was soll da was soll da das gegenteil von werden nach oben gehen und eine rote tageskarte schließen weiß ich weiß ich ja kann man hier kann man nicht viel turn around das war das war einmal im kreis gedreht das war einmal drama queen ich glaube da kannst du da kannst du nicht viel turn around also von daher wir nehmen das mal so hin wir nehmen die 89 nehmt die bis zu dem blick wir nehmen den gap close oben bei 985 bis zu dem blick 985 990 und ich glaube damit kann man schon zum dienstag ganz viel anfangen oberhalb einfach ja hatte long vorteil unterhalb von 39 vielleicht sogar short auch mal eine idee ne und richtung 830 runter durchaus legitim und ja dann wird ich dabei belassen wünsche euch viel erfolg zum zum dienstag jetzt und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin